ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen replay mit dem centurion action x und schatten virus hat mir das ganze geschickt vielen dank schatten virus und ich muss ja gestehen eigentlich ist mir fast unangenehm denn den centurion action x habe ich seit fast anderthalb jahren hier auf dem kanal nicht mehr gezeigt also schon wirklich lange her besonders für einen 10er panzer ist es schon eher kurios aber heute ändern wir das denn heute haben wir ihn mal wieder am start und jetzt schauen wir mal was er hier im stand ist zu leisten natürlich top tier 10er 9er 8er gefecht karte klippe und er ist alleine ja das sind zuerst mal die eckdaten jetzt gucken wir mal was er da im stande zu leisten ist da kriegt er schon mal die ersten gegner auf das ist natürlich so eine beliebte stelle hier in der mitte erstmal hochfahren bisschen die büsche da nutzen und dementsprechend drüber ballern ist auch offen gewesen aber bis dato war das ist noch nicht so wirklich ein großes problem er kann weiterhin hier schön in die mitte halten und das munitionslager wächst da auch einfach mal raus zack 1659 damage einfach mal am wz gemacht das war für ihn so eine eher unbefriedigende runde nehme ich mal an ich arbeite jetzt hier gut in der übersicht dass er da jetzt nicht zu viel risiko eingeht besonders die mitte das ist natürlich so ein spot da schaut auch gerne die arti drauf und da sind ja zwei gegner artis am start schnell auto-aimt ein verpasst der action x ist ja sehr genauer panzer nochmals schönen treffer drauf gelandet der gegner ist auch schon hier hinten in der mitte rum also man sieht den is 7 und die badger 12 t der amx ist da hinterhalb unten deswegen kann er da jetzt keine schussfeld drauf bekommen da hat er jetzt ein bisschen versemmelt deswegen war das mal nix aber jetzt kann er da ein bisschen drauf ist schon bei 4000 damage auch noch bisschen aufklärung die da er erhaltet und weiter den is 7 immer schön hier zugleistert mit schüssen braucht auch da kein premium laden sondern er kommt hier gut durch gar kein problem die 268 durchschlag machen es möglich ja und auch den jetzt zerstört zweiter kill bei mittlerweile 5300 damage 4 zu 4 steht es also da die runde selber ist noch gut knapp der wz er macht es hier wirklich sehr gut arbeitet auch schön mit dem auto und mit dem scope also der verlass sich weder auf das eine noch auf das andere finde ich da eine gute auswahl das haben wir schon definitiv anders und viel schlechter gesehen dass er teilweise nicht ganz auf den gegnern drauf ist beim auto ebenso wie jetzt hier zum beispiel gerade da gibt es aber auch natürlich ab und an wirklich replay probleme also da jetzt nichts irgendwie bitte denken sondern das kann durchaus am replay liegen man geht ja immer erst mal von der unschuld des einsenders aus aber wie gesagt teilweise immer so gut drüber dass ich einfach denke dass der replay ein bisschen ein knatsch weg hat so drei kills bei 7146 damage er ist hier wirklich fleißig und nicht zuletzt dank ihnen sind es mittlerweile mit 8 zu 5 in führung der m 41 90 konnte es da auch ein schuss an ihm anbringen aber alles halb so wird so 41 90 da jetzt hinterhalb so ein bisschen am reinballern und der t 62 a so zack auch hier schnell drüber gehovert und jetzt geht er damit auto aim ran mit bisschen schwung und macht die weg neunter kill und jetzt langsam klappt es auch mit seinen kills denn sein in summe also neunter kill des teams sein in summe fünfter kill für die runde und jetzt zack holt er sich den krieger da auch ab klar er hat zwar noch einen bekommen aber halb so wild denn langsam aber sicher dreht hier sich die runde gut zu lasten seines teams und erst hier mit 8100 damage ein ganz großer faktor des ganzen erst drei okay gibt es ja nicht der bau uns da sogar noch hinten dran aber der is schaut gar nicht auf ihn das heißt er bleibt hier drauf und man auch gut gesehen er geht hier für die kette weil eben nicht nur damage sondern auch eventuell noch ein unterstützungs schaden zeigt wirklich ein spielverständnis hier von ihm aber egal jetzt farmt er den doch da so ein bisschen ab und jetzt ist noch der rheinmetall und die arti verblieben also das thema ist jetzt so gut wie erledigt jetzt macht er die arti auf kriegt jetzt hier den rheinmetall rein sein siebten kill arti wird geholt seine unterstützung und eine nice rounder 9689 damage 1110 unterstützung und 1130 geblockt war eine feine runde 1472 basis erfahrung das muss man erstmal im 10er machen der von vielen gar nicht als so stark erachtet wird eure meinung zum panzer würde mich stark interessieren ansonsten bin ich jetzt raus drop das mic bis zum nächsten mal euer al karamba geschw� 3 3 5 15 20 20 20 20